Ein Wärmeübertrager kann vereinfachend als ein offenes System angesehen werden. Betrachten wir unter diesem Gesichtspunkt einen Koaxial-Wärmeübertrager etwas genauer. Bei diesem Typus des Wärmeübertragers ist in einem Rohr mit großem Innendurchmesser ein Rohr mit kleinem Außendurchmesser so angeordnet, dass die Rohrachsen zusammenfallen. Durch das innere Rohr fließt der heiße, sich abkühlende Stoff, durch den von den beiden Rohren gebildeten Ringspalt fließt der kalte, sich erwärmende Stoff. Der heiße Stoffstrom gibt also Wärme an den kälteren Stoffstrom ab. Das Außenrohr ist so gut isoliert, dass im Idealfall keine Wärme an die Umgebung übertragen wird. Wählt man als System den Raum innerhalb der Innenoberfläche des äußeren Rohres, erhält man ein offenes System, da beide Stoffströme über die Systemgrenze fließen.